Achso. Ja? Ich denke, vielleicht kommen wir noch in meiner Listung. Deswegen habe ich mich, wie gesagt, auf diese Reise. Ich bezeichne es als eine Entwicklung in der Malerei, die auf dem Fundus der Kunstgeschichte basiert. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich die Anfangsfrage, die sich hier stellt, wo man es wahrscheinlich aber immer zuerst über stolpert, nämlich so wie ein Artist im Zirkus, der die Aussage des Bildes im Grunde genommen macht und habe da eine neue Composition ausgemacht.